Hallo zusammen, ich bin Ivo, Strassentransport-Fachmann-Lehrling im dritten Lehrjahr bei der Firma Hefeli Brücker und ich würde euch meinen Berufsalltag ein bisschen näher bringen. Im ersten Lehrjahr lerne ich, wie ein Fahrzeug MFK bereitgestellt wird. Ich mache Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen und Anhängen und bin in der Lage, einen kleinen Service selber zu machen. Nach bestandener Lastagenprüfung bin ich alleine unterwegs und muss selber Entscheidungen treffen. Damit die Zusammenarbeit mit dem Kunden und in unserem Betrieb funktioniert, muss ich teamfähig sein. Als Strassentransport-Fachmann erlebt man jeden Tag etwas Neues. Trotz dem frühen Aufstehen und den langen Arbeitstagen habe ich sehr viel Spass an meinem Beruf. Am Ende meiner Lehrzeit würde ich mit all diesen Fahrzeugen fahren können. Habe ich dich neugierig gemacht, dann bewirb dich heute noch bei der Hefeli Brücker AG. Reise? Habe ich dich gut. Und dieitenste ist auch besser. Das ist von dir.